Okay, Leute, es geht weiter mit Conan Trigger und ja, wir polieren mal mit Dalton endlich die Fresse und gehen hier durch. Okay, wir werden... ...irgendwo ins Wasser geworfen. Ah, Ocean Palace! Ey, die Mucke hier, äh, die Bossmucke hier, oder die Musik hier, gefällt mir richtig. Okay. Was bist du für ein Teil? Dunkle Energie wächst. Etwas düsteres erwacht. Ich verstehe diese Teile, die fliegen einfach hier rum und... Ähm, Schaller, höhe die Effizienz der Mammonmaschine bis an ihr Limit. Ähm, will ich nicht. Schaller, du wagst es mir nicht zu gehorchen. Königin, halt die Fresse. Alles gut, Mutter. Ihr seid so alle... Ihr seid so dämlich. Oh, welch strahlendem Pracht. Die unermessliche Macht des Lavos. Ah! Der Prophet macht sich Sorgen um Schaller. Ey, ich glaube, ich weiß, wer der Prophet ist. Aber ich glaube nicht, dass es er ist. Das wäre echt unmöglich. Oder doch? Ich weiß es nicht. Okay, was seid ihr? Spionier. Und... Oh. Verdammt. Die haben anscheinend sehr viele Erfahrungspunkte. Ähm, ich sag, Erfahrungspunkte. Okay, die haben nichts. Ich hab mir schon extra Sorgen gemacht. Ich greif die einfach nur mal mit physischen Attacken an. Das geht auch schnell. Ich muss nichts machen, weil ich ja auch irgendwie schneller bin als die. Bis die an den Zug kommen. 468, 16 Attack-Punkte. Und eine Truhe für mich. Mit Runenklinge. Runenklinge. Hier, wen ist das denn? Warte, hab ich das jetzt umsonst gekauft oder was für ihn? Willst du mich verarschen? Ich hab ja echt nichts umsonst für ihn das gekauft. Ach, ihr elenden Entwickler. Entwickler. Ähm. Okay, da hast du einen Weg. Die sind komische Viecher, die irgendwie rot sind. Okay, die greift euch einfach so an. Und so. Bist du weg? Wie, du lebst noch? Okay, die haben auch 200 irgendwas. Das denke ich jetzt mal. Ach komm, hör auf. Ihr seid dämlich. Ihr seid schwach. Ihr seid klein und rot und pupurig. Vermindert man lebt. Um. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen? Hat der gerade um 110 vermindert? Was hat der ganze Level Up dann gebracht, wenn das so eine kleine Bastardfick mich so schaden machen kann? Oha. Okay, erreicht nächste Stufe. Ja, ich kann uns ja auch was helfen. Wer bist du denn? Tornado auf alle. Ich mach einfach so. Was zur... Ach, du Wichser. Okay. Du verdammt... Ach, du bist putzig. Du bist putzig. Faltenschlag. Angriff. Ja, komm. Ja, der Faltenschlag kommt. Ich hoffe, das zieht auch viel ab von denen. Ja, das hat viel abgezogen und alle sind weg. 790 Erfahrungspunkte. 14... Oha. Sehr viel Geld bekommen. Ewig-Helm. Krieg ich jetzt ganz neue... Ich hab mich doch alle natzen. Hab ich jetzt umsonst die ganzen Ausrüstung da gekauft, oder was? Das war mir nicht als Dekoration gedacht. Gin und Bargist. Gin und Bargist. Oh. Durch Bargist Schild geschützt. Wer ist Bargist von euch beiden? Ach, fehlt bei dir. Okay, dann greifen wir erst mal den komischen Bruder an. Dann der 44. Ja, jetzt ist er... Jetzt ist er dran. Jetzt ist er Gin dran. Was, Scheine? Ja, Bargist Schild ist... Ja, gut. Stirb. Leid im Höllenfeuer. Und kriege... Was? Ich will irgendwas dafür haben, was ich hier gemacht habe. Okay. Okay, ich hab das jetzt gemacht. Und? Okay, dann komm ich hier wieder raus. Hat nicht so viel da gebracht, oder wie? Okay, anscheinend nicht. Ähm... Truhe öffnen. Ewig Panzer. Ach, ihr wollt mich doch alle verarschen. Warte, wieso haben die mich in diesem Teil jetzt angegriffen? Ich war nicht mehr in der Nähe von denen, aber die sind irgendwie zu mir gekommen. Hm, okay. Ihr wollt Prügel kassieren. Okay. Okay. Du bist... Weg? Ja, das ist zuerst. Das ist... Das ist sehr, sehr gut. Und... Du bist... Nicht weg, weil du irgendwie draußen schaden... Wartet. Okay, es geht weiter. Und ja. Ich wurde wieder gestört. Wie immer. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Nein, oder? Okay, ich muss... Irgendwohin. Hier nicht. Blaufiecher. Ich geh mal durch diese Tür hier. Und da kommen wieder diese komischen Brüder. Okay, das ist leicht. So. Muskelfusion mit nahen Brüdern. Oh, putzig, putzig. Er ist weg. Jetzt zerstöre ich sein Schild. Ja, wer... Bargist... Bargist... Äh, Schild zerstört. Gut. 680. Sieben... Äh, ja, 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 ja. Dankeschön. Den Schalter hab ich jetzt auch aktiviert. Und... Ja. Muske ich da hin. Sehen wir uns das mal an hier. Okay, um das hier zu bekommen. Ich mach einen Falkenschlag auf alle. Puh auf dein Gesicht. Was willst du? Und weg mit euch. Ja, ja, ihr seid alle weg. Weil ich einfach zu stark bin jetzt momentan. Deswegen lasst die Finger von euch... Äh, lasst die Finger von mir. Einsch... Okay. Wenn es das auch für ihn ist. Okay, das ist schwächer. Hahaha. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ich dachte schon. Aber ich hab ja nicht umsonst diesen Schlucker geholt. Okay. Es gibt jetzt... Boots... Ah, du elender Wichser. Falkenschlag. Ja, Robo kann da nichts machen. Aber ich kann dafür was machen. Ach, komm. Wir werden ja alle jetzt töten unter Zauberer. Man hat 1000... Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und... Wir gehen einfach hier durch. Und hoffen mal, dass die Natur... Eine Schockwelle ist. Eine Schockwelle, okay. Schockwelle. Schockwelle. Was ist eine Schockwelle? Okay, da oben ist es nicht. Schockwelle. Was ist eine Schockwelle denn? Ja, weiter, weiter, weiter. Ähm... Hast gut. Magnethelm. Schockwelle. Okay, das ist eine Waffe für jemanden. Das ist für... Nicht für dich. Für dich hier. Die Schockwelle. Das wollte ich nicht. Ach, egal. Kommt. Euch bring ich mal so um. Weil ich keinen Bock auf MP zu verschwenden. Für euch Schwachmaten. Komm, Robo. Komm, Robo. Enttäuscht mich nicht. Du hast mich enttäuscht, Robo. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist inakzeptabel. Und so. Zum Glück tauchen die Monster nicht immer sofort wieder auf, wenn man in einen anderen Raum gegangen ist. Nicht wie bei Final Fantasy oder so. Und stirbt mit Zufallskampen, meine ich jetzt. Und ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, da ist ein Weg nach unten. Den ich jetzt einfach mal gehen werde. Okay, den werde ich später gehen. Ich glaube, da muss ich später hin. Okay, ich gehe jetzt mal nach links. Da war ich ja schon. Oh, ich bin so dämlich. Bei wem hast du es gerade gemacht? Du elinder Wichser. Drehschwanz hier. Drehschwanz haben wir auch noch nicht gezeigt. Du machst mal... Äh, du machst mal was hier. Komm, Sektorbomber. Oder... Ach komm, wir machen Schock. Schock haben wir auch noch nicht gezeigt. Oh, zeig den Schock in dir. Und... What the... Blauspiel und kennst kein... Kennst kein Wasser. Kennst kein... Oh, jenen Bastardos. Okay, er regt mich langsam auf. Aber so richtig regt er mich auf. Okay, wie viel Schaden. 32 zu Glück. Okay, die regt mich langsam auf. Das ist nicht gut. Ja, 111 bist du tot. Ja. Der behinderte Maria... Äh, Maria... Äh, Magier meine ich. Nervt so doll mit seiner behinderten... Block. Also, diese... Ach, diese behinderte Attacke da. 790, 64, 6. Yep. Yep, 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 yep. Und hier durch. Ah, okay. Okay, da kommen wir da hin raus. Ich gehe jetzt einfach mal so hin. Hier war der Schalter. War hier schon drin. Nein, hier war ich noch nicht. Kaiser Arm. So, wir wetten, das ist für ihn. Ja, das war für ihn. Ich habe die ganzen Sachen jetzt umsonst gekauft. Wollt ihr jetzt endlich... Wollt ihr jetzt mir wirklich sagen, dass ich die ganzen Sachen jetzt umsonst gekauft habe? Was halt, Truhe? Oh, komm. Safe State zur Sicherheit. Ich weiß gar nicht, was das mir jetzt bringt. Ich hasse dich dafür, dass du das jetzt gemacht hast. Super Volt auf alle. Ach, Kacke. Ach, Scheiße. Bei diesem Wasserteil, das hilft ja ihm. Ach, Scheiße. Okay, die Monstermengen... Oh, was hilft dem Feuerteil das auch noch? Kennt kein Wasser. Kennt kein Wasser. Fick dich ins Knie. Auf so einen Bockmiss habe ich jetzt keinen Bock. Ja, das hat sie gereimt. Okay, ich werde jetzt mal einfach rumgehen und denken, und einfach denken, dass ich es nicht gesehen habe. Okay, wo waren die Gegner? Hier war ein einzelner Wasserbast... Hier, siehst du mich nicht? Ist klar, ihr kommt von irgendeiner Ecke. Ähm... Verdammt. Falkenschlag auf alle. Okay, ist tot. Hopf ich jetzt mal. Stirbst du? Zweiten Schlag. Komm. Schraub... Oder hat es nur die zwei da unten getroffen? Ja, die zwei da unten nur. Egal, wenigstens etwas. 103. Und Angriff, 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 Angriff. 390. Und... 102. Und... Robo. Und, und, und. Das war schön. Das war sehr schön. Oha. Selbst mit so einem hohen Level habe ich Probleme. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ich gehe mal den Weg so. Hier war da irgendwo eine Truhe. Wie komme ich zu der verfickten Truhe in der Mitte? Muss ich die erstmal alle besiegen, oder was? Anscheinend schon, oder? Okay, ich besiege die erstmal. Din, 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 din. Okay, sehen wir mal, wie man das macht. Ähm, komm. Ah, nein. Äh, verdammt. Faltenschlag. Ja, komm. Ja, bitte, bitte. Ach, kacke. Geh mal Mikro. Scheiße, komm jetzt. Komm, 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 komm. Ja, ihr Bastard aus Tod mit euch. Ähm, der rote Bastard war neben ihn und hat ihn trotzdem nicht getroffen. Wie unfair. Ja, vermindert. Ah, leckt mich. Leckt mich. So, 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 so. Ich glaube, ich schmeiße mal gleich ein paar Lapis bei mir rein. Ich habe hier davon genügend. Okay. So, so und so und so. Ich habe jetzt dafür noch ein Lapis bekommen. Lapis. Das war gut. Schallpfeil. Ach, ist klar, für wen das ist. Okay. Was hat sie jetzt gemacht? Äh, wo hat sie jetzt in der Tür aufgetan? Achso, ja. Hä, was hat sie jetzt getan? Hä, was hat sie jetzt aufgetan? Aber wie komme ich zu dieser verfickten Tür? Geil, scheiß auf die Monster. Egal, komm. Geh drüber. Gut. Ich gehe jetzt auf die Seite mal. Und ich bin auch dämlich. Warte mal, was kann man bei den Frauen da eigentlich machen? Anscheinend nichts. Anscheinend nichts. Okay. Ding. 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 Ah, das hat das hier geöffnet. Ich gehe hier durch. Wer bist du denn? Äh, Verklopper. Toller Name. Faltenschlag. Der Verklopper. Ja, was haben sich die... Bestimmt im Englischen ist er ganz anders. Das Destroyer. Das Destroyer. Bestimmt, bestimmt. Und tot. Ach, Verklopper. Ich verkloppe dich einfach. Hier, komm. Dumme Verklopper. Und. Ganz gut. Safe-Setzesicherheit. Und sehen uns mal den Weg hier an. Okay, hier kann ich nichts machen. Rein mit dir. Dann gehe ich einfach den Weg runter. Und hoffe mal, hier kommt nichts Böses. Ja, hier kommt was Böses. Faltenschlag. Egal, kannst auch Robo machen. Mir egal, ich mach den Faltenschlag. Ich mach den Faltenschlag. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst nichts dagegen machen. Aber wie komme ich an die Tour ran? Wie komme ich an diese verdammte Tour ran? Und da war bestimmt irgendwas Wertvolles drin. Das muss ich auch später nachgucken, wie man da rankommt. So, so und so und so. Lapis erhalten. Ja. Stufe erhöht. Sehen wir uns mal die anderen Level an. 39. Ja, geht ja noch mit dem Level. Und so zwei Unterschied. Okay, ich habe drei von denen erwischt. Deswegen kommen auch drei von denen. Ich werde die alle mit physischen Attacken angreifen. Hier. Mir fehlen die Worte. Okay. Mir fehlen nicht mehr die Worte, weil das war erbärmlich. Das war einfach unter aller Sau. Ja, das war echt unter aller Sau. Ja, Verklopper. Ach, du bist ein 70er Verklopper. Und so, weg mit dir. 49. Okay. Okay. Ich kriege sehr viel. Sehr viel Dings das. Und Bumms das. Und alles. Und... Was kriege ich hier? Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, irgendwas hat mich da angegriffen. Faltenschlag. Okay. Ach, fick dich. Mit deinem Schaden. Aber wie komme ich an diese Truhe ran? Es muss doch einen Weg geben. Es kann nicht sein, dass da kein Weg ist. Und so. 463 und stirbt. Und was habe ich? Was habe ich? Ein Level Up. Irgendwas. Ach, fick dich doch ins Knie. Okay, bald voll. Denn, 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 denn. Diese müssen jedes Mal ihr Gegner auftauchen. Ja, man kann auch übertreiben mit den Gegnern. Aber egal. Nach meiner Meinung fragt ja niemand. Stirb. Ja, gut. Und ich will diesen Riesenbastard da verklappen, der die ganzen auf mich gehetzt hat. Okay, irgendwie habe ich jetzt sehr viel Schaden bei denen gemacht. Übertrieben viel Schaden. Ach, leck mich. So, so, so. Ach, Leute, das ist ein Witz. Ich komme einfach so gut voran. Ich muss auch nicht so viel anstrengen. Wo bist du, Bastard? Wo bist du? Jetzt bist du wieder weg. Der ohrhalte Rotstein hat viele Zeitdaten überdauert. Ein magisches Amulett und ein Messer wurden daraus gemacht. Wir verkörpern Melchios Träume. Versiegelt in diesem Messer. Nun beeilt euch, wenn ihr der Königin gegenübertreten wollt. Wir zählen auf euch. Ähm. Ah, ich kann ihn fühlen. Den Puls ewigen Lebens. Scheiße, ich habe die Truhe da vergessen. Dunkle Kraft. Wilde Energie. Oh. Ja. Vögelmilch. Irgendwas geschieht da. Ich glaube, sie kriegt einen Orgasmus. Die Mammonmaschine. Eure Majestät. Es ist zu gefährlich. Mutter. Hör nicht auf, Schaller. Wir haben es fast geschafft. Die Unsterblichkeit wird unser sein. Das Reich des Eifers erhält den Ruhm, den es verdient. Muhahaha. Zu lange habe ich gewartet. Königin, du bist langsam verrückt. Und das ist nicht gut für dein Alter. Safe State. Und hier kommen... Ach, komm hier. Euch beiden Brüder weiß man sowieso, wie man da schnell tötet. So, 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 so. Und so. Ja, der ist schneller tot als der andere. Jetzt kommt Ayla. Zerbricht den Schild. Ja, Schild gebrochen. Jetzt Angriff, Angriff, Angriff. Und das war die Sache. Wie kommt an das verdammte Schild ran? Ich weiß es nicht. Ähm, okay. Soll ich ein Unterkunft machen? Ja, ich glaube, ich mache ein Unterkunft hier. Nein, wir machen mal so. Dann Unterkunft. Wir haben davon 20. Alles aufgeheilt. Gut. Dann speichern wir das ab. Sehr, sehr gut. Und Geld haben wir auch noch sehr viel bekommen. Dankeschön. Und hier rein. Ähm, ich habe auf euch keinen Bock gehabt. Aber wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, okay. Wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, okay. Das ist eure Sache. Ich habe euch gewarnt. Okay, ihr seid alle weg. Alle drei da oben. Jetzt euch unten da angreifen. Und dann, 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 dann. Und, bist du weg? Ja, du bist weg. Das ist gut. Das ist gut. 107. So. Danke. Was war mit dem Fahrstuhl da oben? Oder war es kein Fahrstuhl, was da oben war? Ich weiß es nicht. Okay. Yeah. Oha. Drei, drei, drei Kick oder so. Okay, sie hat auch ihre Stärkstattacke jetzt gelernt. Ähm. Hallo? Übertreibt doch gleich. So, so. So. Erstmal diesen komischen Bruder da töten. Wieso greifst du diesen Bastard an? Okay. Falkenschlag. So. Du greifst den hier an. Ach, komm. Ihr seid weg. Ich habe den auch noch da oben getroffen. Gut. Sein Schild ist zerbrochen. Grobe weiter. Schön, schön, schön. Der Bastard kann ja nichts. Jin ist tot. Ja, Jin ist tot. Yeah. Und so, und so. Erreicht nächste Stufe. Safe State. Falkenschlag. Wie komme ich an diese behinderte Truhe da oben an? Ich verstehe es nicht. Ich bin bisher bei jeder Truhe rangekommen. Aber die ist die einzige, die ich nicht rangekommen bin. Ach, das regt mich jetzt auf. Das regt mich jetzt komplett... Ach. Wie gegen Angriffs... Ach. War das X-Angriff oder was? Von Frog. 467. Din, 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 din. Und weg mit dir. Ich hoffe, es kommen keine Gegner mehr. Ich habe keinen Bock mehr. So, so, so. Okay, das ist nicht gut. Falkenschlag. Du machst Schock auf alle. Nein, du machst, äh, den... Laserwirbel auf die. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie bei denen. Ja, Discofieber. Okay, einer ist tot. Der Spionier kennt kein Gewitter. Ach, du Kacke. Egal, ich habe Lapis. Ich habe Lapis. I have Lapis. Äh, andere Wort hier. Herpes. Nein, Spaß. Aber, das kann man echt denken, dass es Herpes heißen soll. Oh, ach, komm. Mädchen, hör auf. Nein, ich sage Mädchen, äh... Irgendwie spielen... Spionierviecher da oben. 10k heißt... Einschläfern. Hat's geklappt? Bruno, das ist nicht gut. Du darfst nicht während des Kampfes schlafen. Mm-mm. Bist du tot? Sehr gut. Jetzt kommt der... 114. Und so. 108. Und dann so und so und so. Sehr, 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 sehr gut. Gut. Sehr, sehr gut. Gut, gut, sehr gut. Und das ist sehr, sehr gut. Oh yeah. Yeah. Eilerrichtigste Stufe. Und Safe State. Okay, das waren alle Kämpfe. Okay. Kann ich auch wieder nach oben? Warte, kann ich nicht von da? Oder kommt es mir nur so vor? Okay. Ich will mir erstmal alles angucken. Ich wollte das nicht, aber egal. Verdammt. Ich habe irgendwas ausgelöst. Ähm. Okay. Den springe ich mal schnell um mit einem Falkenschlag. Okay. Bis zum nächsten Mal.